Das meine ich. Das meine ich. Ja, kaum sage ich. Ach, der ist ja gar nicht so schwer da. Der geht ins Japan. Muss ich erstmal mein magisches Gläschen füllen. Oh. Ach, ich wollte schon sagen. Meine erste Dose Energydrink kann doch noch gar nicht leer sein. John Gameplay-Marco Rambo hat alles gekillt. Naja. Lief ja doch etwas schwerfällig. So. Übelst geil. Ja, übelst geil. Hau mal rein. Ich resub natürlich. Bin doch schon lange, lange neue dabei. Hab dich sogar bei Hitbox abonniert damals. Oh, okay. Hi Alex. Ach wo, first try. Naja. Oh, da gibt es ein Feuerwerk, wenn die kaputt gehen. Oh. Ah, okay. Man sollte die vielleicht nicht kaputt machen. Oder die, um wieder Licht zu machen. Okay. Okay, ich sehe nichts. Aber hier war irgendwo ein Loch vor mir. Nein, ich sag's noch. Ich sag's noch. Da war irgendwo ein Loch vor mir. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Okay, also ertrage ich das lieber, dass die Lampen auf mich schießen und kaputt gehen. Äh, also. Und dann irgendwas da rum blieb. Als dass die mich kaputt machen. Äh, als, nee. Als dass ich die ausmache. So. Boah, slow down. Slow down incoming. Oh nein. Oh. Hm, wenn du kaputt gehst, gibt es das... Gibt es das auch? Was gibt es auch, wenn ich kaputt geh? Oh, nee. Scheiße. Haha. Ihr glaubt gar nicht, was ich gerade versucht habe zu machen. Ich wollte mich gerade bücken. Oder ducken. Mit Megaman. So weit ist es gekommen. Oh, der kann den Dash ja doch schon hier. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher. Eine Heuschrecke. Eine Hü. Eine Hot. Eine Tete. Eine Heuschrecke. Oh, nee. Scheiße. Haha. Nein. Nein. Ach so, ein Feuerwerk, wenn ich kaputt geh. Ja, das stimmt allerdings. Oh, ist klar. Hm. Welche unmöglichen Feinde könnten wir noch erfinden, um Leute zu ärgern? Du musst ja quasi die ganze Zeit aufgeladen hier durchgehen. Sonst kannst du das Spiel ja direkt vergessen. Sind sie woher? Was? Rechts oder runter? Komm, Meuschrecke. Gib alles. Was? 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 Wow Oh Okay Also der Level ist schon ein bisschen einfacher Aber ich bin ja noch nicht am Ende Ich sollte sowas lieber erst sagen Ja, genau Das meine ich Das meine ich Ja, kaum sage ich Ach, der ist hier gar nicht so schwer Der hat in der Instagram Aiai Caramba Was sonst Was auch sonst Alles klar Ich seh grad Ich könnte mich ja doch Tatsächlich noch ein bisschen Größer ziehen So Da könnt ihr erst mehr genießen Dass ich mich ärgere Obwohl das tut ja keiner von euch Als wenn einer von euch sehen will Wie ich mich ärgere Alter Weil ich immer so schlechte Sachen denke Oh nein Ihr guckt ja alle nur, weil ihr mich gewinnen sehen wollt Oh nein Oh nein Amiga-Man 3 habe ich ja schon als Rage-Player gespielt Alex Rage-Player 3 ist schon erledigt Ach Ach Och nöö Was machst du da denn? Was machst du da denn? Das weiß ich Ich wünschte, ich wüsste es Ich wünschte, ich wüsste, ich wüsste, was ich hier mache Boah ey Habt ihr übrigens schon die neue YouTube-Funktion gesehen Für Community Da habe ich nämlich heute auch eine Umfrage gestartet Das hat mich auch eigentlich heute dazu geführt Mega-Man zu spielen Ich habe nämlich eine Umfrage gemacht Was denn mal wieder auf meinem Kanal kommen sollte Ob Retro-Reviews, Rage-Player und so Und Rage-Player war an zweiter Stelle Retro-Reviews an Erster Obwohl mich das ehrlich gesagt nicht überrascht hat Ich habe mir das schon gedacht, als ich die Umfrage gestartet habe Aber man kann ja mal fragen Man muss ja auch die neuen YouTube-Funktionen mal ausprobieren Finde ich persönlich eine sehr geile Erneuerung Die Musik kann man eigentlich nur rocken, oder? Nee, nein Den Tille ich bestimmt nicht Wow Timing Oh, nein Scheiße Das gibt's nicht Oh, so schön Das alles geschafft Und dann kommt da so ein Kack-Ding Warum sleepst du heute so spät? Ich hatte Mittagsschicht Ich muss arbeiten Ich kann mir ja mein Leben nicht mit YouTube und Twitch finanzieren Bleibt mir nix anderes übrig Außerdem wusste ich nicht, ob meine Ob ich noch gesellschaftlich heute Abend Dementsprechend Spät habe ich dann halt angefangen zu sleepen Aber nachher ist mir das Warten zu blöd geworden Und dann habe ich mir gedacht Nee, komm, dann stream ich jetzt mal Ich hatte ja auch Bock Morgen habe ich erst Nachtschicht Von daher habe ich auch Zeit Sie kommen immer näher Nein, nein, nein Oh, ich bin extra kurz abgesprungen Damit da nix passiert Oh, Endgegner Und ich habe nur noch ein Leben, oder? Ich habe nur noch ein Leben Ich könnte schwören Ich habe nur noch ein Leben Nein Da sterbe ich bei dem Oh, der hätte nur einen Treffer gebraucht Der Regen hätte nur noch runterkommen müssen Und Nein, continue Ich fasse es nicht Was ist denn kaputt mit diesem Scheißspiel? Oh 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 Wow, ich dachte schon, ich habe mich schon wieder, ich habe mich schon wieder im Abgrund gesehen. Oh. Ja, wie viele noch? Ja, das Mikro, wie der sich da aufregt, hat, das ist echt zum Lachen. Wie das Mikro. Welches Mikro? Hä? Ich verstehe das nicht. Nein! Oh, das geht so auch. Okay. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Na ja, jetzt weiß ich. Die Lernkurve bei Mega Man ist ja groß. Warte mal, die Webcam ist doch ein bisschen... So. Feinjustierung. Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen, okay? Nein! Ach, was war denn das, ey? Das war doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ach, fickt euch doch. Aber richtig hart, ey. Das Mikro-LP, der heißt so. Ach so, okay. Kenn ich nicht. Ich gucke doch niemand anders aus, außer mich selbst. Boah, unbeschadet. Ich bin unbeschadet dadurch. Was geht? Oh, Moment. Ah, nee. War ja ein... Nee, ist okay. Ich war jetzt gerade am Gucken. Aber wir haben ja einen Neustart hingelegt. Jawoll! leute leute das war doch mal ein richtig guter rand oder ich bin von mir selber ein wenig beeindruckt wenn der flash dann bleibe ich stehen du maschine als hätte ich jetzt nicht mit gerechnet dass das dass ich denn jetzt schaffe wenn ich ja nicht bin das war es mal wieder mit dem video wenn es euch gefallen hat dann vergesst nicht dass man mich abonnieren und liken kann außerdem könnt ihr mir folgen auf facebook twitter und instagram und das ist alles kostenlos